Hallo hallo und hallo und herzlich willkommen dazu zu zu äh let's play so let's play famous first light yeah angriff viele malmarsch Oh, luck! Sup? UGH! Okay Soh Soh Da Okay Diese Kreaturen sind nicht real, aber die Genugtuung, um sie zu erledigen, schon. Denk an Shale. Kanalisiere deinen Hass und werde stark. So, nice, 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 nice. So, phew. Genau so, Zorn ist ein Werkzeug, mit dem du deine Umwelt kontrollierst. Wir sind Conduits, die Welt verneigt sich vor uns. Okay. Und weg damit. Jawohl. Jawohl. Das scheint dir ja Spaß gemacht zu haben. Genieße das Gefühl und entfessele dein Potenzial. Nice. Wo ist Brent? So, und herzlich willkommen zurück. Diese Typen müssen irgendwie kondizieren. So. Oh, ein Headset. Und genau meine Größe. Convoy 3, gibt's eine Spur von Walker? Nee, Shane hat's geschafft. Das ganze Zeug ist auf Laster und so findet sie uns nicht. Wenn ich die Drogen auf den Laster abfacke, kommt Shane angerannt. Ich muss sie nur finden. Das wird helfen. Danke. 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 Hallo Trap, fahrt um euer Leben. Gibt's da irgendwelche Schwierigkeiten? Jo Paranoid? Ich hab nichts gesehen. He wouldn't. Das ist eine Spinner-Gerl. Hey, weiter. Ich weiß, was ihn sauer macht. Soll ich den Weg gehen? So. So. Nice. Hey, Boss. Badge. Was für eine Überraschung. Lass uns reden. Oh, ich rede nicht mehr. Wenn du reden willst, dann sprich doch mit deinen Drogen auf dem Asphalt. Das hast du nicht. Aber sicher. Tschüss Schätzchen. Nicht auflegen, du. Das ist das Laser-Gerl. Ich sage euch, das ist die kleine mit den Lasern. Okay. Okay. Du solltest. Nein. Leute was macht mich, misstab manja. Dann ist ja macht mich da. Ja, ich rede mich. Dann ziemlich aufiful ist nicht. Das wird nichts geschrieben. Und das lässt sich für mich. Dann hat mich geschenkert ein bisschen. Dann hat mich geschenkert. Dann hat mich geschenkt. Und das lässt sich. okay So. Er sieht ein bisschen unprofessionell aus. Ja, schön. Zack. Überraschung! Hör zu, Miststück. Noch ein kaputter Truck und Brand verliert eine Hand. Hast du kapiert? Du wirst ihm nicht wehtun. Nein? Ganz sicher. Was glaubst du denn, was ich vorhabe? Mein Bruder ist dein einziger, dein absolut einziger Schutz vor mir. Brand sollte sich lieber nicht mal erkelten. Wenn du weiter mein Eigentum zerstörst, wirst du das bereuen. So. Ist das irgendwas? Ist das nichts? Meine Leute werden langsam nervös. Alles genau, klar. Los, weiter. Okay, diese Folge wird ein bisschen, äh... So. Mann, das Schüsse! Jimmy, komm schon, Mann. Rede mit uns! Mann, das Schüsse! Mann, das Schüsse! So. So. So, okay, jetzt müssen wir noch da hingehen. Okay, gegen Feuer hilft Wasser. Was zum Teufel hilft dann gegen Neon? So. Wir werden hier gegrillt. Kann jemand sehen, wo sie ist? Tja, das ist die Frage. Wie ist das? Wie ist das? Halt! Nein! Doch nicht. So. Das ist das Neon Girl! Das ist das Neon Girl! Ach! Vorsicht vor dem Neon! So. 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 Okay. 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 Ja, mit diesem Part würde ich sagen, wir verabschieden uns und sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Sony Styles Gaming.